Und yo Leute, wie geht's, wie steht's? Willkommen wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute versuchen wir den Midas Fisch zu fangen, Leute. Ich bin mega hype, hope wir ihn fangen werden. Ich kann euch ja, ach hier kann man ja gar nicht die Fische zeigen, ne? Kann man hier irgendwo in den Lobby die Fische zeigen, die man schon gefangen hat? Egal, Leute. Aber wir versuchen jetzt den Midas Fisch zu fangen. Und auf jeden Fall drückt mir die Daumen, nämlich wenn ich viele Abonnenten hab, den fang ich auch welche. Also Midas Fische. Ich hab jetzt insgesamt schon, ja, warte, ich guck mal, wie viele Midas Fische ich schon gefangen hab. Hier. Okay, Leute, da oben seht ihr ja gesamt. Nehmen den Midas Fisch gesamt. Ich hab den Midas Fisch jetzt dreimal schon gefangen. Und ja. Wir fliegen erstmal dahin, Leute. Wir haben auch extra schon den Midas Skin an, ne? Und ja, dann würde ich sagen, ich biete gleich. Aber dreimal schon die Midas Fische ist schon geil, ne? Das ist schon eine geile Nummer, muss man sagen. So, Leute. Ich hab extra hoch angemacht, Leute. Wir müssen jetzt erstmal zu der Auto-Ready. So, Leute, ich muss erstmal eine Angel finden. Ah, hier. Okay, zack. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch die Sensor habt. Oder auch da schon mal... Ne, schreibt mal in die Kommentare. Hashtag, ich hab den Midas Fisch gefangen. Aber wir brauchen erstmal 100. Weil wir brauchen eine Profi-Angel. Okay, jetzt ja. So, dann fangen wir hier vorne auch schon an. Hier. Mal sehen. Okay, Leute, das war nichts. Nächste Angestelle. Ich hoffe, wir fangen nämlich das Fisch. Oh. Wäre schon cool, wenn wir den fangen würden. Leute. Leute. Den Midas Fisch. Den Midas Fisch, Leute. Den Midas Fisch. 64, komm mal. Leute. Wir heben den erstmal auf. Weiter angeln. Komm, Leute. Vielleicht fangen wir ihn nochmal. Guckt mal, Leute. Wir haben den Midas Fisch. Neue Bestenliste. Wir haben schon... Äh, äh, warte. Äh, warte. Wir haben den ja schon viermal gefangen. Gefangen. Wir klappern erstmal das hier ab, Leute. Mal gucken. Vielleicht fangen wir ihn ja nochmal. Mal. Oh mein Gott. Ich hab schon gedacht, ne? Warte, wie weit, wie weit fliegt man, äh, schwimmt man eigentlich? Oh mein Gott. Oh, Leute. Ich schwimm mal ganz schnell da hinten hin. So, Leute. Stellt euch mal vor, wir fangen den jetzt ja schon. Also nochmal. Ich schwimm mal. So, Leute. Okay, ist leider nichts. Wir nimm schnell das hier. Komme, bis darüber. Bis darüber. Ah, komm, bis da müssen wir schon. Ja, war klar. Ah, komm, bis da müssen wir schon. Oh, komm, bis da müssen wir schon. Ah, komm, bis da müssen wir schon. Hoch. Jetzt sind noch ein paar Angestellte, Leute. Leute, der war vorhin auch am Anfang und da haben wir den Mietersfisch gezogen. In der Angestelle kommt da Wetten, wenn der wirklich kommt, ne? Ja, wäre auch krass. Okay. 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 Das war's. Hier kommt er raus, Leute. Ich seh's. Warte mal, was ist das da hinten? Das da hinten. Ich guck gleich mal. Oh, hier ist eine andere Stelle. Ich guck gleich mal. Hier ist noch einer. Hier ist eine Skalibombarty. Esken. Hier ist noch eine andere Stelle. So, Leute. Das wäre so cool, wenn wir den nochmal fangen wären. Fangen wir. Na auch. Ah, hier ist noch eine. Vielleicht soll ich euch mal was sagen? Guck mal, an der Angel ist Brexit dran, Brexit, kleine Banane Brexit, so könnt ihr sie richtig gut sehen. Sarah, Lara und Tamara. Ey, wenn wir den jetzt nochmal fangen, ne? Nur noch die drei Angestellen, Leute, wenn der da drin ist, ne? Komm, wir müssen so stehen. Nochmal. Nochmal. So. Oh, ich hab schon gedacht, ne? So, Leute, die letzte Angestellung. So. 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 Okay, Leute. Leute, das war es mit dem Video, aber bevor wir das Video beenden, schauen wir uns den Midas-Fisch nochmal genauer an, Leute. So sieht er aus. Er hat sogar eine Krawatte da unten. Seht ihr die, Leute? Okay, Leute, das ist der Midas-Fisch und die Haare hier drauf. Kann man den eigentlich zurückangeln zu mir? So, und jetzt machen wir mal einen blauen Chili-Fisch nehmen, den, den. Und mal sehen, ob die die Fische in Gold machen. Okay, GG. Und das ist mit dem Video und ciao.